Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Feines für die Festtage unter diesem Leitmotiv hat GOP in der neuen Festtagszeitung wieder allerhand Tipps, Ideen und Rezeptvorschläge für Sie zusammengestellt. Damit Sie Ihre Vorbereitungen und Einkäufe frühzeitig planen können. Der schönste Beitrag GOP zum guten Klingen der Festtage ist aber sicher das reichhaltige Angebot in Ihrem GOP-Laden. Sie finden bei GOP alles, was man zum Essen und Trinken braucht. Zu günstigen Preisen und natürlich in bester Qualität. Besonders beliebt sind immer wieder die feinen Quick-Fly-Spezialitäten GOP. Wie zum Beispiel das Quick-Schäufeli. Sie sind fix fertig im eigenen Saft gekocht und darum schnell angerichtet. Nach 5 Viertelstunde im heissen Wasser wird das Fleisch aus der Frischhaltepackung genommen und in schöne, saftige Tranchen geschnitten. Man kann das Quick-Schäufeli aber auch in den Blätterteig eingeschlagen und schön garniert servieren. Oder auch ein Rollschinken mit Senf und Honig glasieren und mit Nägel besteckt überbachen. Ein harmonischer Abschluss vom Festessen ist eine reichhaltige Käseplatte. Nutzen Sie die Sortenvielfalt im GOP-Angebot und kombinieren Sie nach Herzenslust. Auch exotische Köstlichkeiten aus sonnenverwöhnten Ländern wie die prachtvollen Ananas von den Elfenbeiküsten sind im GOP-Festtagsangebot vertreten. Das gibt dann eben die besonders feinen Dessert. Und wenn Sie lieber gelassen haben, empfiehlt Ihnen GOP eine von diesen herrlichen Eistorten von Goldstar. Zum gemütlichen Zusammensitzen nach dem Essen gehört auch ein besonderer Kaffee. Mild im Geschmack und trotzdem voll im Aroma, das ist der neue Nescafé Gold Finesse. Gönnen Sie sich dazu etwas Süsses, zum Beispiel Fair Lady, die feine Praline von Arnie. Oder After Aid, die zarten Schokolade mit der cremig kühlen Pfeffermünzfüllung. Toffifee, die Haselnuss in Caramell mit Nougat-Creme und dunkler Schokolade. Oder ein feines Biscuit aus der Arnie Richesse-Geschenktose. So und jetzt schalten wir um in die Studienküche zum GOP-Rezept dieser Woche. GOP hat für Sie zurzeit ein reichhaltiges Angebot an exotischen Fruchtspezialitäten. Unser Vorschlag ist heute darum, einen exotischen Fruchtsalat. Zuerst ein Ananasviertel, Schellen und den holzigen Strunk rausschneiden. Das Fruchtfleisch in Stücke schneiden. Dann ein Orangen, geschält, in hautlose Schnitzel schneiden. So. Wir nehmen dann einen Mango, Lychee, Kiwi und den Saft von Passionsfrüchten. Diese Früchte mischen wir mit Zucker oder Honig. Füllen sie dann in Gubbgläser und stellen sie im Kühlschrank kalt. Bevor wir es servieren, geben wir auf unseren Fruchtsalat eine Kugelsorbe. Wir dekorieren noch mit ein paar Mandeln. Finden Sie nicht, dass das Dessert lustig ist? Das Rezept steht in der Grobzeitung und ich wünsche Gute. Das wäre es gewesen für heute. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Achtet Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Bis zum nächsten Mal gibt es bei Gubb. Alle Gubb-Kaffee und Gubb-Wack-Kaffee im 250-Gramm-Paket sind jetzt 50 Kappen günstiger. Und die im 500-Gramm-Paket 1 Fr. günstiger. Ein Beutel Pomme-Chips, Zweifel-Natur oder Paprika statt 4,70 nur 3,50. Ein Becher schlagbaren Halbrahm statt 1,85 nur 1,55. Rahmglasestolle Goldstahl Schokolade mit Bieresorbe statt 8,50 nur 6,50. Rahmglasestolle Goldstahl Vacherin Vani Erdbeer statt 12,20 nur 9,70. Rahmglasestolle Goldstahl Schwarzwälder statt 7,20 nur 5,50. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Kiwi per Stück nur 75 Kappen. Avocados per Stück nur 1 Fr. Und Ananas Gotte d'Ivoire per Stück nur 63. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!